Seit Jahren bin ich fasziniert vom Medizinrat und ich werde immer wieder gefragt, ja was ist jetzt das Medizinrat und was hat das denn mit Medizin zu tun? Und es hat natürlich wirklich was mit Medizin zu tun, aber in einem ganz anderen Sinne. Medizin heißt in dem Zusammenhang es ist eine Weisheit, es ist ein Rat. Und das Medizinrat geht zurück auf ein uraltes Modell, was man quasi überall auf der Welt und zu allen Zeiten kennt. Es ist nämlich dieses Kreuz mit dem Kreis drumrum und dieses Kreuz, das sind die Haupthimmelsrichtungen, also Norden, Süden, Osten und Westen. Und wenn man jetzt diese Richtungen mit dem Kreis verbindet, dann kann man da die zeitliche Komponente dazu nehmen. Das heißt, wir hätten dann im Norden den 21.12., also die Wintersonnenwende, im Süden, die Sommersonnenwende und im Osten und im Westen die Tag und Nacht gleichen. Und so verbindet sich Raum und Zeit. Weil mich das so fasziniert, wollte ich das gerne weitergeben und habe deswegen mit dem Grafiker zusammen diese Karte gestaltet, damit du mal schauen kannst, wo du selber in das Rad eingetreten bist am Tag deiner Geburt und was das für dich bedeutet. Du findest hier auf der Karte genau die Haupthimmelsrichtungen. Zur Orientierung sind auch die Nebelhimmelsrichtungen drin. Und dann kannst du schauen, in welchem von diesen Vierteln bist du geboren. Wenn du dann die Karte aufklappst, findest du darin eine Beschreibung. Du findest eine Beschreibung von dem, was du ins Leben mitbringst. Was ist deine Begabung, was ist dir sozusagen in die Wiege gelegt. Und auf der anderen Seite aber auch, was sind die Herausforderungen in deinem Leben. Und das sind in der Regel Dinge, die schon eine Faszination für uns haben, aber uns eben nicht gerade von vornherein gegeben sind. Und wenn du das möchtest, dann kannst du dir diese Karte auf meiner Website kostenlos herunterladen. Kann ich das ausprobieren. Wenn du Fragen hast, darfst du dich gerne bei mir melden. Und das Medizinrad ist natürlich noch viel, viel mehr als dieses Horoskop. Aber ich denke, das ist ein guter Anfang. Wer will, kann dann später noch die anderen Möglichkeiten kennenlernen, zum Beispiel in Workshops und Seminaren, die ich gebe. Du kannst das Medizinrad anwenden als Persönlichkeitsmodell mit verschiedenen Aspekten deiner Persönlichkeit, die du betrachten kannst. Du kannst es als Prozessmodell anwenden für dein eigenes Leben oder auch für irgendetwas, irgendein Projekt, was du starten möchtest. Und findest da quasi wie immer einen Kompass, an dem du dich orientieren kannst. Dann wünsche ich dir viel Freude damit. Und wenn du Fragen hast, melde dich. Das ist für mich. Es ist für mich. Es ist für mich.